Drittes Hauptstück. Das religiöse Leben. Der doppelte Kampf gegen das Übel. Wenn uns ein Übel trifft, so kann man entweder so über dasselbe hinwegkommen, dass man seine Ursache hebt, oder so, dass man die Wirkung, welche es auf unsere Empfindung macht, verändert. Also durch ein Umdeuten des Übels in ein Gut, dessen Nutzen vielleicht erst später ersichtlich sein wird. Religion und Kunst, auch die metaphysische Philosophie, bemühen sich, auf die Änderung der Empfindung zu wirken, teils durch Änderung unseres Urteils auf die Erlebnisse, zum Beispiel mithilfe des Satzes »Wen Gott lieb hat, den züchtigt er«, teils durch Erweckung einer Lust am Schmerz, an der Emotion überhaupt, woher die Kunst des Tragischen ihren Ausgangspunkt nimmt. Je mehr einer dazu neigt, umzudeuten und zurechtzulegen, umso weniger wird er die Ursachen des Übels ins Auge fassen und beseitigen. Die augenblickliche Minderung und Narkotisierung, wie sie zum Beispiel bei Zahnschmerz gebräuchlich ist, genügt ihm auch in ersteren Leiden. Je mehr die Herrschaft der Religionen und aller Kunst der Narkose abnimmt, umso strenger fassen die Menschen die wirkliche Beseitigung der Übel ins Auge, was freilich schlimm für die Tragödiendichter ausfällt, denn zur Tragödie findet sich immer weniger Stoff, weil das Reich des unerbittlichen, unbezwinglichen Schicksals immer enger wird. Noch schlimmer aber für die Priester, denn diese lebten bisher von der Narkotisierung menschlicher Übel. Gram ist Erkenntnis. Wie gern möchte man die falschen Behauptungen der Priester, es gäbe einen Gott, der das Gute von uns verlange, Wächter und Zeuge jeder Handlung, jedes Augenblicks, jedes Gedankens sei, der uns liebe, in allem Unglück unser Bestes wolle, wie gern möchte man diese mit Wahrheiten vertauschen, welche ebenso heilsam, beruhigend und wohltuend wären wie jene Irrtümer. Doch solche Wahrheiten gibt es nicht. Die Philosophie kann ihnen höchstens wiederum metaphysische Scheinbarkeiten, im Grunde ebenfalls Unwahrheiten, entgegensetzen. Nun ist aber die Tragödie die, dass man jene Dogmen der Religion und Metaphysik nicht glauben kann, wenn man die strenge Methode der Wahrheit im Herzen und Kopf hat, andererseits durch die Entwicklung der Menschheit so zart, reizbar, leidend geworden ist, um Heil- und Trostmittel der höchsten Art nötig zu haben, woraus also die Gefahr entsteht, dass der Mensch sich an der erkannten Wahrheit verblute. Dies drückt Byron in unsterblichen Versen aus. Sorrow is knowledge. They who know the most must mourn the deepest or the fatal truth. The tree of knowledge is not that of life. Gegen solche Sorgen hilft kein Mittel besser, als den feierlichen Leichtsinn Horacens wenigstens für die schlimmsten Stunden und Sonnenfinsternisse der Seele heraufzubeschwören und mit ihm sich selber zu fragen, Quid eternis minorem, consiliis animum fatigas, cur non sub alta vel platano vel hack, pino jacentes. Sicherlich aber ist Leichtsinn oder Schwermut jeden Grades besser als eine romantische Rückkehr und Fahnenflucht, eine Annäherung an das Christentum in irgendeiner Form, denn mit ihm kann man sich nach dem gegenwärtigen Stande der Erkenntnis schlechterdings nicht mehr einlassen, ohne sein intellektuales Gewissen heillos zu beschmutzen und vor sich und anderen preiszugeben. Jene Schmerzen mögen peinlich genug sein, aber man kann ohne Schmerzen nicht zu einem Führer und Erzieher der Menschheit werden. Und wehe dem, welcher dies versuchen möchte und jenes reine Gewissen nicht mehr hätte. Die Wahrheit in der Religion In der Periode der Aufklärung war man der Bedeutung der Religion nicht gerecht geworden, darin ist nicht zu zweifeln. Aber ebenso steht fest, dass man in dem darauffolgenden Widerspiel der Aufklärung wiederum ein gutes Stück über die Gerechtigkeit hinausging, indem man die Religionen mit Liebe, selbst mit Verliebtheit behandelte, und ihnen zum Beispiel ein tieferes, ja das allertiefste Verständnis der Welt zuerkannte, welches die Wissenschaft nur des dogmatischen Gewandes zu entkleiden habe, um dann in unrhythmischer Form die Wahrheit zu besitzen. Religionen sollen also, dies war die Behauptung aller Gegner der Aufklärung, sensu allegorico, mit Rücksicht auf das Verstehen der Menge, jene uralte Weisheit aussprechen, welche die Weisheit an sich sei, insofern alle wahren Wissenschaften der neueren Zeit immer zu ihr hin, anstatt von ihr weg, geführt habe, sodass zwischen den ältesten Weisen der Menschheit und allen späteren Harmonie, ja Gleichheit der Einsichten walte und ein Fortschritt der Erkenntnisse, falls man von einem solchen reden wolle, sich nicht auf das Wesen, sondern die Mitteilung desselben beziehe. Diese ganze Auffassung von Religion und Wissenschaft ist durch und durch irrtümlich, und niemand würde jetzt noch zu ihr sich zu bekennen wagen, wenn nicht Schopenhauers Beretsamkeit sie in Schutz genommen hätte, diese laut tönende und doch erst nach einem Menschenalter ihre Hörer erreichende Beretsamkeit. So gewiss man aus Schopenhauers religiös-moralischer Menschen- und Weltdeutung sehr viel für das Verständnis des Christentums und anderer Religionen gewinnen kann, so gewiss ist es auch, dass er über den Wert der Religionen für die Erkenntnis sich geirrt hat. Er selbst war darin ein nur zu folgsamer Schüler der wissenschaftlichen Lehrer seiner Zeit, welche allesamt der Romantik huldigten und dem Geiste der Aufklärung abgeschworen hatten. In unsere jetzige Zeit hineingeboren würde er unmöglich vom Sensus Allegoricus der Religionen haben reden können. Er würde vielmehr der Wahrheit die Ehre gegeben haben, wie er es pflegte mit den Worten »Noch nie hat eine Religion, weder mittelbar noch unmittelbar, weder als Dogma noch als Gleichnis, eine Wahrheit enthalten.« Denn aus der Angst und dem Bedürfnis ist eine Jede geboren, auf Irrgängen der Vernunft hat sie sich ins Dasein geschlichen. Sie hat vielleicht einmal im Zustande der Gefährdung durch die Wissenschaft irgendeine philosophische Lehre in ihr System hineingelogen, damit man sie später darin vorfinde. Aber dies ist ein Theologen-Kunststück aus der Zeit, in welcher eine Religion schon an sich selber zweifelt. Diese Kunststücke der Theologie, welche freilich im Christentum als der Religion eines Gelehrten, mit Philosophie durchtränkten Zeitalters sehr früh schon geübt wurden, haben auf jenen Aberglauben vom Sensus Allegoricus hingeleitet, noch mehr aber die Gewohnheit der Philosophen, namentlich der Halbwesen, der dichterischen Philosophen und der philosophierenden Künstler, alle die Empfindungen, welche sie in sich vorfanden, das Grundwesen des Menschen überhaupt zu behandeln und somit auch ihren eigenen religiösen Empfindungen einen bedeutenden Einfluss auf den Gedankenbau ihrer Systeme zu gestatten. Weil die Philosophen vielfach unter dem Herkommen religiöser Gewohnheiten oder mindestens unter der altvererbten Macht jenes metaphysischen Bedürfnisses philosophierten, so gelangten sie zu Lehrmeinungen, welche in der Tat den jüdischen oder christlichen oder indischen Religionsmeinungen sehr ähnlich sahen. Ähnlich nämlich, wie Kinder den Müttern zu sehen pflegen, nur dass in diesem Falle die Väter sich nicht über jene Mutterschaft klar waren, wie dies wohl vorkommt, sondern in der Unschuld ihrer Verwunderung von einer Familienähnlichkeit aller Religion und Wissenschaft fabelten. In der Tat besteht zwischen der Religion und der wirklichen Wissenschaft nicht Verwandtschaft noch Freundschaft noch selbst Feindschaft. Sie leben auf verschiedenen Sternen. Jede Philosophie, welche einen religiösen Kometenschweif in die Dunkelheit ihrer letzten Aussichten hinaus erglänzen lässt, macht alles an sich verdächtig, was sie als Wissenschaft vorträgt. Es ist dies alles vermutlich ebenfalls Religion, wenngleich unter dem Aufputz der Wissenschaft. Übrigens, wenn alle Völker über gewisse religiöse Dinge, zum Beispiel die Existenz eines Gottes, übereinstimmten, was beiläufig gesagt in Betreff dieses Punktes nicht der Fall ist, so würde dies doch eben nur ein Gegenargument gegen jene behaupteten Dinge, zum Beispiel die Existenz eines Gottes sein. Der Konsensus Gentium und überhaupt Hominum kann billigerweise nur einer Narreheit gelten. Dagegen gibt es einen Konsensus Omnium Sapientium gar nicht, in Bezug auf kein einziges Ding, mit jener Ausnahme, von welcher der götische Vers spricht. Alle die Weisheit aller der Zeiten, lächeln und winken und stimmen mit ein, Töricht auf Besserung der Toren zu harren, Kinder der Klugheit o habe die Narren, eben zum Narren auch, wie sich's gehört. Ohne Vers und Reim gesprochen und auf unseren Fall angewendet, der Konsensus Sapientium besteht darin, dass der Konsensus Gentium eine Narrheit gilt. Ursprung des religiösen Kultus Versetzen wir uns in die Zeiten zurück, in welchen das religiöse Leben am kräftigsten aufblühte, so finden wir eine Grundüberzeugung vor, welche wir jetzt nicht mehr teilen und deretwegen wir ein für allemal die Tore zum religiösen Leben uns verschlossen sehen. Sie betrifft die Natur und den Verkehr mit ihr. Man weiß in jenen Zeiten noch nichts von Naturgesetzen, weder für die Erde noch für den Himmel gibt es ein Müssen. Eine Jahreszeit, der Sonnenschein, der Regen kann kommen oder auch ausbleiben. Es fehlt überhaupt jeder Begriff der natürlichen Kausalität. Wenn man rudert, ist es nicht das Rudern, was das Schiff bewegt, sondern Rudern ist nur eine magische Zeremonie, durch welche man einen Dämon zwingt, das Schiff zu bewegen. Alle Erkrankungen, der Tod selbst, ist Resultat magischer Einwirkungen. Es geht bei Krankwerden und Sterben nie natürlich zu. Die ganze Vorstellung vom natürlichen Hergang fehlt. Sie dämmert erst bei den älteren Griechen, das heißt einer sehr späten Phase der Menschheit, in der Konzeption über den Göttern thronenden Meurer. Wenn einer mit dem Bogen schießt, so ist immer noch eine irrationale Hand und Kraft dabei. Versiegen plötzlich die Quellen, so denkt man zuerst an unterirdische Dämonen und deren Tücken. Der Pfeil eines Gottes muss es sein, unter dessen unsichtbarer Wirkung ein Mensch auf einmal niedersinkt. In Indien pflegt nach Lubbock ein Tischler seinen Hammer, sein Beil und den übrigen Werkzeugen Opfer darzubringen. Ein Brahmane behandelt den Stift, mit dem er schreibt, ein Soldat die Waffen, die er im Felde braucht, ein Maurer seine Kelle, ein Arbeiter seinen Pflug in gleicher Weise. Die ganze Natur ist in der Vorstellung religiöser Menschen eine Summe von Handlungen bewusster und wollender Wesen, ein ungeheurer Komplex von Willkürlichkeiten. Es ist in Bezug auf alles, was außer uns ist, kein Schluss gestattet, dass irgendetwas so und so sein werde, so und so kommen müsse. Das ungefähr sichere, berechenbare sind wir, Der Mensch ist die Regel, die Natur die Regellosigkeit. Dieser Satz enthält die Grundüberzeugung, welche rohe, religiös-produktive Urkulturen beherrscht. Wir jetzigen Menschen empfinden gerade völlig umgekehrt. Je reicher jetzt der Mensch sich innerlich fühlt, je polyphoner sein Subjekt ist, umso gewaltiger wirkt auf ihn das Gleichmaß der Natur. Wir alle erkennen mit Goethe in der Natur das große Mittel der Beschwichtigung für die moderne Seele. Wir hören den Pendelschlag der größten Uhr mit einer Sehnsucht nach Ruhe, nach Heimisch und Stille werden an, als ob wir dieses Gleichmaß in uns hineintrinken und dadurch zum Genuss unserer Selbst erst kommen könnten. Ehemals war es umgekehrt. Denken wir an rohe, frühe Urzustände von Völkern zurück oder sehen wir die jetzigen Wilden in der Nähe, so finden wir sie auf das Stärkste durch das Gesetz, das Herkommen, bestimmt. Das Individuum ist fast automatisch an dasselbe gebunden und bewegt sich in der Gleichförmigkeit eines Pendels. Ihm muss die Natur, die unbegriffene, schreckliche, geheimnisvolle Natur, es das Reich der Freiheit, der Willkür, der höheren Macht erscheinen, ja gleichsam als eine übermenschliche Stufe des Daseins, als Gott. Nun aber fühlt jeder Einzelne solcher Zeiten und Zustände wie von jenen Willkürlichkeiten der Natur seine Existenz, sein Glück, dass der Familie des Staates das Gelingen aller Unternehmungen abhängen. Einige Naturvorgänge müssen zur rechten Zeit eintreten, andere zur rechten Zeit ausbleiben. Wie kann man einen Einfluss auf diese furchtbaren Unbekannten ausüben? Wie kann man das Reich der Freiheit binden? So fragt er sich, so forscht er ängstlich, gibt es denn keine Mittel, jene Mächte ebenso durch ein Herkommen und Gesetz regelmäßig zu machen, wie du selber regelmäßig bist? Das Nachdenken der Magie und Wunder gläubigen Menschen geht dahin, der Natur ein Gesetz aufzuerlegen. Und kurz gesagt, der religiöse Kultus ist das Ergebnis dieses Nachdenkens. Das Problem, welches jene Menschen sich vorlegen, ist auf das engste verwandt mit diesem. Wie kann der schwächere Stamm dem Stärkeren noch Gesetze diktieren, ihn bestimmen, seine Handlungen im Verhalten zum Schwächeren leiten? Man wird zuerst sich der harmlosesten Art eines Zwangs erinnern, jenes Zwangs, den man ausübt, wenn man jemandes Neigung erworben hat. Durch Flehen und Gebete, durch Unterwerfung, durch die Verpflichtung zu regelmäßigen Abgaben und Geschenken, durch schmeichelhafte Verherrlichungen ist es also auch möglich, auf die Mächte der Natur einen Zwang auszuüben, insofern man sie sich geneigt macht. Liebe bindet und wird gebunden. Dann kann man Verträge schließen, wobei man sich zu bestimmten Verhalten gegenseitig verpflichtet, Pfänder stellt und Schwüre wechselt. Aber viel wichtiger ist eine Gattung gewaltsameren Zwanges durch Magie und Zauberei. Wie der Mensch mit Hilfe des Zauberers einem stärkeren Feind doch zu Schaden weiß und ihn vor sich in Angst erhält, wie der Liebeszauberer in die Ferne wirkt, so glaubt der schwächere Mensch auch die mächtigeren Geiste der Natur bestimmen zu können. Das Hauptmittel aller Zauberei ist, dass man etwas in Gewalt bekommt, das jemandem zu eigen ist. Haare, Nägel, etwas Speise von seinem Tisch, ja selbst sein Bild, seinen Namen. Mit solchem Apparate kann man dann zaubern. Aber die Grundvoraussetzung lautet, zu allem Geistigen gehört etwas Körperliches. Zu dessen Hilfe vermag man den Geist zu binden, zu schädigen, zu vernichten. Das Körperliche gibt die Handhabe ab, mit der man das Geistige fassen kann. So wie nun der Mensch den Menschen bestimmt, so bestimmt er auch irgendeinen Naturgeist. Denn dieser hat auch sein Körperliches, an dem er zu fassen ist. Der Baum und verglichen mit ihm der Keim, aus dem er entstand, dieses rätselhafte Nebeneinander, scheint zu beweisen, dass in beiden Formen sich ein und derselbe Geist eingekörpert habe, bald klein, bald groß. Ein Stein, der plötzlich rollt, ist der Leib, in welchem ein Geist wirkt. Liegt auf einsamer Heide ein Block, erscheint es unmöglich, an Menschenkraft zu denken, die ihn hierher gebracht habe, so muss also der Stein sich selbst hinbewegt haben, das heißt, er muss einen Geist beherbergen. Alles, was einen Leib hat, ist der Zauberei zugänglich, also auch die Naturgeister. Ist ein Gott geradezu an sein Bild gebunden, so kann man auch ganz direkten Zwang durch Verweigerung der Opfernahrung Geißeln in Fesseln legen und ähnliches gegen ihn ausüben. Die geringen Leute in China umwinden, um die fehlende Gunst ihres Gottes zu ertrotzen, das Bild desselben, der sie in Stich gelassen hat, mit Stricken, reißen es nieder, schleifen es über die Straßen durch Lehm und Düngerhaufen. Du Hund von einem Geiste, sagen sie, wir ließen dich in einem prächtigen Tempel wohnen, wir vergoldeten dich hübsch, wir fütterten dich gut, wir brachten dir Opfer und dennoch bist du so undankbar. Ähnliche Gewaltmaßregeln gegen Heiligen und Muttergottesbilder, wenn sie etwa bei Pestilenzen oder Regenmangel ihrer Schuldigkeit nicht tun wollten, sind noch während dieses Jahrhunderts in katholischen Ländern vorgekommen. Durch alle diese zauberischen Beziehungen zur Natur sind unzählige Zeremonien ins Leben gerufen und endlich, wenn der Wirrwarr derselben zu groß geworden ist, bemüht man sich, sie zu ordnen, zu systematisieren, so dass man den günstigen Verlauf des gesamten Ganges der Natur, namentlich des großen Jahreskreislaufs, sich durch einen entsprechenden Verlauf eines Prozedurensystems zu verbürgen, meint. Der Sinn des religiösen Kultus ist, die Natur zu menschlichem Vorteil zu bestimmen und zu bannen, also ihr eine Gesetzlichkeit einzuprägen, die sie von vornherein nicht hat. Während in der jetzigen Zeit man die Gesetzlichkeit der Natur erkennen will, um sich in sie zu schicken. Kurz, der religiöse Kultus ruht auf den Vorstellungen der Zauberei zwischen Mensch und Mensch. Und der Zauberer ist älter als der Priester. Aber ebenso ruht er auf anderen und edleren Vorstellungen. Er setzt das sympathische Verhältnis von Mensch zu Mensch, das Dasein von Wohlwollen, Dankbarkeit, Erhöhung Bittender, von Verträgen zwischen Feinden, von Verleihung der Unterpfänder, von Anspruch auf Schutz des Eigentums voraus. Der Mensch steht auch in sehr niederen Kulturstufen nicht der Natur als ohnmächtiger Sklave gegenüber. Er ist nicht notwendig der willenlose Knecht derselben. Auf der griechischen Stufe der Religion, besonders im Verhalten zu den olympischen Göttern, ist sogar ein Zusammenleben von zwei Kasten, einer vornehmeren, mächtigeren und einer weniger vornehmen zu denken. Aber beide gehören ihrer Herkunft nach irgendwie zusammen und sind einer Art. Sie brauchen sich voreinander nicht zu schämen. Das ist das Vornehme in der griechischen Religiosität. Beim Anblick gewisser antiker Opfergerätschaften Wie manche Empfindungen uns verloren gehen, ist zum Beispiel an der Vereinigung des Possenhaften, selbst des Obszönen mit dem religiösen Gefühl zu sehen. Die Empfindungen für die Möglichkeit dieser Mischung schwindet. Wir begreifen es nur noch historisch, dass sie existierte, bei den Demeter- und Dionysos-Festen, bei den christlichen Osterspielen und Mysterien. Aber auch wir kennen noch das Erhabene im Bunde mit dem Burlesken und dergleichen, das Röhrende mit dem Lächerlichen Verschmolzen, was vielleicht eine spätere Zeit auch nicht mehr verstehen wird. Christentum als Altertum Wenn wir eines Sonntagmorgens die alten Glockenbrummen hören, da fragen wir uns, ist es nur möglich? Dies gilt einem vor zwei Jahrtausenden gekreuzigten Juden, welcher sagt, er sei Gottes Sohn. Der Beweis für eine solche Behauptung fehlt. Sicherlich ist innerhalb unserer Zeiten die christliche Religion ein aus ferner Vorzeit hereinragendes Altertum, und dass man jene Behauptung glaubt, während man sonst so streng mit der Prüfung von Ansprüchen ist, ist vielleicht das älteste Stück dieses Erbes. Ein Gott, der mit einem sterblichen Weibe Kinder zeugt, ein Weiser, der auffordert, nicht mehr zu arbeiten, nicht mehr Gericht zu halten, aber auf die Zeichen des bevorstehenden Weltuntergangs zu achten. Eine Gerechtigkeit, die den Unschuldigen als stellvertretendes Opfer annimmt, jemand, der seine Jünger sein Blut trinken heißt, Gebete um Wundereingriffe, Sünden an einem Gott verübt, durch einen Gott gebüßt, Furcht vor einem Jenseits, zu welchem der Tod die Pforte ist, die Gestalt des Kreuzes als Symbol, inmitten einer Zeit, welche die Bestimmung und die Schmach des Kreuzes nicht mehr kennt. Wie schauerlich weht uns dies alles wie aus dem Grabe uralter Vergangenheit an. Sollte man glauben, dass so etwas noch geglaubt wird? Das Ungriechische im Christentum Die Griechen sahen über sich die homerischen Götter nicht als Herren und sich unter ihnen nicht als Knechte wie die Juden. Sie sahen gleichsam nur das Spiegelbild der gelungensten Exemplare ihrer eigenen Kaste, also ein Ideal, keinen Gegensatz des eigenen Wesens. Man fühlt sich miteinander verwandt, es besteht ein gegenseitiges Interesse, eine Art Symmachie. Der Mensch denkt vornehm von sich, wenn er sich solche Götter gibt und stellt sich in ein Verhältnis wie das des niedrigeren Adels zum höheren ist. Während die italienischen Völker eine rechte Bauernreligion haben, mit fortwährender Ängstlichkeit gegen böse und launische Machtinhaber und Quellgeister. Wo die olympischen Götter zurücktraten, da war auch das griechische Leben düsterer und ängstlicher. Das Christentum dagegen zerdrückte und zerbrach den Menschen vollständig und versenkte ihn wie in tiefem Schlamm. In das Gefühl völliger Verworfenheit ließ es dann mit einem Male den Glanz eines göttlichen Erbarmens hineinleuchten, so dass der Überraschte durch Gnade betäubte einen Schrei des Entzückens ausstieß und für einen Augenblick den ganzen Himmel in sich zu tragen glaubte. Auf diesen krankhaften Exzess des Gefühls, auf die dazu nötige tiefe Kopf- und Herzkorruption wirken alle psychologischen Erfindungen des Christentums hin. Es will vernichten, zerbrechen, betäuben, berauschen, es will nur eins nicht, das Maß. Und deshalb ist es im tiefsten Verstande barbarisch, asiatisch, unvornehmen, ungriechisch. Mit Vorteil religiös sein Es gibt nüchterne und gewerbstüchtige Leute, denen die Religion wie ein Saum höheren Menschentums angestickt ist. Diese tun sehr wohl, religiös zu bleiben, es verschönert sie. Alle Menschen, welche sich nicht auf irgendein Waffenhandwerk verstehen, Mund und Feder als Waffen eingerechnet, werden servil. Für solche ist die christliche Religion sehr nützlich, denn die Servilität nimmt darin den Anschein einer christlichen Tugend an und wird erstaunlich verschönert. Leute, welchen ihr tägliches Leben zu leer und eintönig vorkommt, werden leicht religiös. Dies ist begreiflich und verzeihlich. Nur haben sie kein Recht, Religiosität von denen zu fordern, denen das tägliche Leben nicht leer und eintönig verfließt. Der Alltagskrist Wenn das Christentum mit seinen Sätzen vom rächenden Gott der allgemeinen Sündhaftigkeit, der Gnadenwahl und der Gefahr einer ewigen Verdammnis Recht hätte, so wäre es ein Zeichen von Schwachsinn und Charakterlosigkeit, nicht Priester, Apostel oder Einsiedler zu werden und mit Furcht und Zittern einzig am eigenen Heile zu arbeiten. Es wäre unsinnig, den ewigen Vorteil gegen diese zeitliche Bequemlichkeit so aus dem Auge zu lassen. Vorausgesetzt, dass überhaupt geglaubt wird, so ist der Alltagskrist eine erbärmliche Figur, ein Mensch, der wirklich nicht bis drei zählen kann und der übrigens gerade wegen seiner geistigen Unzurechnungsfähigkeit es nicht verdiente, so hart bestraft zu werden, wie das Christentum ihm verheißt. Von der Klugheit des Christentums Es ist ein Kunstgriff des Christentums, die völlige Unwürdigkeit, Sündhaftigkeit und Verächtlichkeit des Menschen überhaupt so laut zu lehren, dass die Verachtung der Mitmenschen dabei nicht mehr möglich ist. Er mag sündigen, wie er wolle, er unterscheidet sich doch nicht wesentlich von mir. Ich bin es, der in jenem gerade unwürdig und verächtlich ist, so sagt sich der Christ. Aber auch dieses Gefühl hat seinen spitzigsten Stachel verloren, weil der Christ nicht an seine individuelle Verächtlichkeit glaubt. Er ist böser als Mensch überhaupt und beruhigt sich ein wenig bei dem Satze Wir sind alle einer Art. Personenwechsel Sobald eine Religion herrscht, hat sie alle die zu ihren Gegnern, welche ihre ersten Jünger gewesen wären. Schicksal des Christentums Das Christentum entstand, um das Herz zu erleichtern, aber jetzt muss es das Herz erst erschweren, um es nachher erleichtern zu können. Folglich wird es zugrunde gehen. Der Beweis der Lust Die angenehme Meinung wird als wahr angenommen. Dies ist der Beweis der Lust oder wie die Kirche sagt, der Beweis der Kraft, auf welchen alle Religionen so stolz sind, während sie sich dessen doch schämen sollten. Wenn der Glaube nicht selig machte, so würde er nicht geglaubt werden. Wie wenig würde er also wert sein? Gefährliches Spiel. Wer jetzt der religiösen Empfindung wieder in sich Raum gibt, der muss sie dann auch wachsen lassen. Er kann nicht anders. Da verändert sich allmählich sein Wesen. Es bevorzugt das aus dem religiösen Element Anhängende, Benachbarte. Der ganze Umkreis des Urteils und Empfindens wird umwölkt, mit religiösen Schatten überflogen. Die Empfindung kann nicht stillstehen. Man nehme sich also in Acht. Die blinden Schüler Solange einer sehr gut die Stärke und Schwäche seiner Lehre, seiner Kunstart, seiner Religion kennt, ist deren Kraft noch gering. Der Schüler und Apostel, welcher für die Schwächen der Lehre, der Religion und so weiter kein Auge hat, geblendet durch das Ansehen des Meisters und durch seine Pietät gegen ihn, hat deshalb gewöhnlich mehr Macht als der Meister. Ohne die blinden Schüler ist noch nie der Einfluss eines Mannes und seines Werkes groß geworden. Eine Erkenntnis zum Siege verhelfen heißt oft nur, sie so mit der Dummheit verschwistern, dass das Schwergewicht der Letzteren auch den Sieg für die Ersterer erzwingt. Abbruch der Kirchen Es ist nicht genug an Religion in der Welt, um die Religionen auch nur zu vernichten. Sündlosigkeit des Menschen Hat man begriffen, wie die Sünde in die Welt gekommen ist, nämlich durch Irrtümer der Vernunft vermöge deren die Menschen untereinander ja der einzelne Mensch sich selbst für viel schwärzer und böser nimmt, als es tatsächlich der Fall ist, so wird die ganze Empfindung sehr erleichtert und Menschen und Welt erscheinen mitunter in einer Glorie von Harmlosigkeit, dass es einem von Grund aus Wohl dabei wird. Der Mensch ist inmitten der Natur immer das Kind an sich. Dies Kind träumt wohl einmal einen schweren beängstigenden Traum. Wenn es aber die Augen aufschlägt, so sieht es sich immer wieder im Paradiese. Irreligiosität der Künstler. Homer ist unter seinen Göttern so zu Hause und hat als Dichter ein solches Behagen an ihnen, dass er jedenfalls tief unreligiös gewesen sein muss. Mit dem, was der Volksglaube ihm entgegen brachte, einen dürftigen, rohen, zum Teil schauerlichen Aberglauben, verkehrte er so frei wie der Bildhauer mit seinem Ton, also mit derselben Unbefangenheit, welche Eschelus und Aristophanes besaßen und durch welche sich in neuerer Zeit die großen Künstler der Renaissance sowie Shakespeare und Goethe auszeichneten. Kunst und Kraft der falschen Interpretation Alle Divisionen, Schrecken, Ermattungen, Entzückungen des Heiligen sind bekannte Krankheitszustände, welche von ihm aufgrund eingewurzelter religiöser und psychologischer Irrtümer nur ganz anders, nämlich nicht als Krankheiten, gedeutet werden. So ist vielleicht auch das Dämonion des Sokrates ein Ohrenleiden, dass er sich gemäß seiner herrschenden moralischen Denkungsart nur anders, als es jetzt geschehen würde, auslegt. Nicht anders steht es mit dem Wahnsinn und Wahnreden der Propheten und Orakelpriester. Es ist immer der Grad von Wissen, Fantasie, Bestrebung, Moralität in Kopf und Herz der Interpreten, welcher daraus so viel gemacht hat. Zu den größten Wirkungen der Menschen, welche man Genies und Heilige nennt, gehört es, dass sie sich Interpreten erzwingen, welche sie zum Heile der Menschheit missverstehen. Verehrung des Wahnsinns Weil man bemerkte, dass eine Erregung häufig den Kopf heller machte und glückliche Einfälle hervorrief, so meinte man, durch die höchsten Erregungen werde man der glücklichsten Einfälle und Eingebungen teilhaftig, und so verehrte man den Wahnsinnigen als den Weisen und Orakel Gebenden. Hier liegt ein falscher Schluss zugrunde. Verheißungen der Wissenschaft Die moderne Wissenschaft hat als Ziel so wenig Schmerz wie möglich, so lange Leben wie möglich, also eine Art von ewiger Seligkeit, freilich eine sehr bescheidene im Vergleich zu den Verheißungen der Religionen. Verbotene Freigiebigkeit Es ist nicht genug Liebe und Güte in der Welt, um noch davon an eingebildete Wesen wegschenken zu dürfen. Fortleben des religiösen Kultus im Gemüt Die katholische Kirche und vor ihr allerantike Kultus beherrschte das ganze Bereich von Mitteln, durch welche der Mensch in ungewöhnliche Stimmungen versetzt wird und der kalten Berechnung des Vorteils oder dem reinen Vernunftdenken entrissen wird. Eine durch tiefe Töne erzitternde Kirche, dumpfe, regelmäßige, zurückhaltende Anrufe einer priesterlichen Schar, welche ihre Spannung unwillkürlich auf die Gemeinde überträgt und sie fast angstvoll lauschen lässt, wie als wenn ein Wunder sich vorbereite, der Anhauch der Architektur, welche als Wohnung einer Gottheit sich ins Unbestimmte ausstreckt und in allen dunklen Räumen das sich Regen derselben fürchten lässt. Wer sollte solche Vorgänge den Menschen zurückbringen, wenn die Voraussetzungen dazu nicht mehr geglaubt werden? Aber die Resultate von dem allen sind trotzdem nicht verloren. Die innere Welt der erhabenen, gerührten, ahnungsvollen, tief zerknirschten, hoffnungsseligen Stimmungen ist den Menschen vornehmlich durch den Kultus eingeboren worden. Was jetzt davon in der Seele existiert, wurde damals, als es keimte, wuchs und blühte, großgezüchtet. Religiöse Nachwehen Glaubt man sich noch so sehr, der Religion entwöhnt zu haben, so ist es doch nicht in dem gerade geschehen, dass man nicht Freude hätte, religiösen Empfindungen und Stimmungen ohne begrifflichen Inhalt zu begegnen, zum Beispiel in der Musik. Und wenn eine Philosophie uns die Berechtigung von metaphysischen Hoffnungen von dem dorthe her zu erlangenden tiefen Frieden der Seele aufzeigt und zum Beispiel von dem ganzen sicheren Evangelium im Blick der Madonnen bei Raphael spricht, so kommen wir solchen Aussprüchen und Darlegungen mit besonders herzlicher Stimmung entgegen. Der Philosoph hat es hier leichter zu beweisen. Er entspricht mit dem, was er geben will, einem Herzen, welches gern nehmen will. Daran bemerkt man, wie die weniger bedachtsamen Freigeister eigentlich nur an den Dogmen Anstoß nehmen, aber recht wohl den Zauber der religiösen Empfindung kennen. Es tut ihnen weh, letztere fahren zu lassen, um der ersteren willen. Die wissenschaftliche Philosophie muss sehr auf der Hut Grund jenes Bedürfnisses eines gewordenen und folglich auch vergänglichen Bedürfnisses Irrtümer einzuschmuggeln. Selbst Logiker sprechen von Ahnungen der Wahrheit in Moral und Kunst, zum Beispiel von der Ahnung, dass das Wesen der Dinge eins ist, das ihnen doch verboten sein sollte. Zwischen den sorgsam erschlossenen Wahrheiten und solchen geahnten Dingen bleibt unüberbrückbar die Kraft, dass jene dem Intellekt diese dem Bedürfnis verdankt werden. Der Hunger beweist nicht, dass es zu einer Sättigung eine Speise gibt, aber er wünscht die Speise. Ahnen bedeutet nicht, Dasein eine Sache in irgendeinem gerade erkennen, sondern dasselbe für möglich halten, insofern man sie wünscht oder fürchtet. Die Ahnung trägt keinen Schritt weit ins Land der Gewissheit. Man glaubt unwillkürlich, die religiös gefärbten Abschnitte einer Philosophie seien besser bewiesen als die anderen. Aber es ist im Grunde umgekehrt. Man hat nur den inneren Wunsch, dass es so sein möge, also dass das Beseligende auch das Wahre sei. Dieser Wunsch verleitet uns schlechte Gründe als christlichen Erlösungsbedürfnis. Bei sorgsamer Überlegung muss es möglich sein, dem Vorgang in der Seele eines Christen, welchen man Erlösungsbedürfnis nennt, eine Erklärung abzugewinnen, die frei von Mythologie ist, also eine rein psychologische. Bis jetzt sind freilich die psychologischen Erklärungen religiöser Zustände und Vorgänge in einigen Verrufe gewesen, insoweit eine sich frei nennende Theologie auf diesem Gebiete ihr unersprießliches Wesen trieb, denn bei ihr war es von vornherein, so wie es der Geist ihres Stifters, Schleiermachers vermuten lässt, auf die Erhaltung der christlichen Religion und das Fortbestehen der christlichen Theologie abgesehen, als welche in der psychologischen Analysis der religiösen Tatsachen einen neuen Ankergrund und vor allem eine neue Beschäftigung gewinnen sollten. Unbeirrt von solchen Vorgängen wagen wir folgende Auslegung des bezeichneten Phänomens. Der Mensch ist sich gewisser Handlungen bewusst, welche in der gebräuchlichen Rangordnung der Handlungen tief stehen. Ja, er entdeckt in sich einen Hang zu der gleichen Handlungen, der ihm fast zu unveränderlich wie sein ganzes Wesen erscheint. Wie gern versucht er sich in jener anderen Gattung von Handlungen, welche in der allgemeinen Schätzung als die obersten und höchsten anerkannt werden, wie gern fühlt er sich voll des guten Bewusstseins, welches einer selbstlosen Denkweise folgen soll. Leider aber bleibt es bei diesem Wunsche. Die Unzufriedenheit darüber, demselben nicht genügen zu können, kommt zu allen übrigen Arten von Unzufriedenheit hinzu, welche sein lebenslos überhaupt oder die Folgen jener böse genannten Handlungen in ihm erregt haben. Sodass eine tiefe Verstimmung entsteht, mit dem Ausblick nach einem Arztes, der diese und alle ihre Ursachen zu heben vermüchte. Dieser Zustand würde nicht so bitter empfunden werden, wenn der Mensch sich nur mit anderen Menschen unbefangen vergliche. Dann hätte er nämlich keinen Grund, mit sich in einem besonderen Maße unzufrieden zu sein, er trüge eben nur an der allgemeinen Last der menschlichen Unbefriedigung und Unvollkommenheit. Aber er vergleicht sich mit einem Wesen, welches allein jener Handlungen fähig ist, die unegoistisch genannt werden und im fortwährenden Bewusstsein einer selbstlosen Denkweise lebt, mit Gott. Dadurch, dass er in diesen hellen Spiegel schaut, erscheint ihm sein Wesen so trübe, so ungewöhnlich verzerrt. So dann ängstigt ihn der Gedanke an dasselbe Wesen, insofern dieses als strafende Gerechtigkeit vor seiner Fantasie schwebt. In allen möglichen kleinen und großen Erlebnissen glaubte seinen Zorn, seine Drohungen zu erkennen, ja die Geißelschläge seines Richter- und Henkertums schon vorzuempfinden. Wer hilft ihm in dieser Gefahr, welche durch den Hinblick auf eine unermessliche Zeitdauer der Strafe an Grässlichkeit alle anderen Schrecknisse der Vorstellung überbietet? Bevor wir diesen Zustand in seinen weiteren Folgen uns vorlegen, wollen wir uns doch eingestehen, dass der Mensch in diesem Zustand nicht durch seine Schuld und Sünde, sondern durch eine Reihe von Irrtümern der Vernunft geraten ist, dass es der Fehler des Spiegels war, wenn ihm sein Wesen in jenem gerade dunkel und hassenswert vorkam, und dass jener Spiegel sein Werk, das sehr unvollkommene Werk der menschlichen Fantasie und Urteilskraft war. Erstens ist ein Wesen, welches einzige rein unegoistische Handlungen fähig wäre, noch fabelhafter als der Vogel Phönix. Es ist deutlich, nicht einmal vorzustellen, schon deshalb, weil der ganze Begriff unegoistische Handlungen bei strenger Untersuchung in die Luft verstiebt. Nie hat ein Mensch etwas getan, das alleine für andere und ohne jeden persönlichen Beweggrund getan wäre. Ja, wie sollte er etwas tun können, das ohne Bezug zu ihm wäre, also ohne innere Nötigung, welche ihren Grund doch in einem persönlichen Bedürfnis haben müsste? Wie vermöchte das Ego, ohne Ego zu handeln? Ein Gott, der dagegen ganz Liebe ist, wie gelegentlich angenommen wird, wäre einer einzigen unegoistischen Handlung fähig. Wobei man sich an einen Gedanken Lichtenbergs, der freilich einer etwas niedrigeren Sphäre entnommen ist, erinnern sollte. Wir können unmöglich für andere fühlen, wie man zu sagen pflegt. Wir fühlen nur für uns. Der Satz klingt hart, er ist es aber nicht, wenn er nur recht verstanden wird. Man liebt weder Vater noch Mutter noch Frau noch Kind, sondern die angenehmen Empfindungen, die sie uns machen. Oder wie Laroche Foucault sagt, Deshalb Handlungen der Liebe höher geschätzt werden als andere, nämlich nicht ihres Wesens, sondern ihrer Nützlichkeit halber. Darüber vergleiche man die schon vorher erwähnten Untersuchungen über den Ursprung der moralischen Empfindungen. Sollte aber ein Mensch wünschen, ganz wie jener Gott Liebe zu sein, alles für andere, nichts für sich zu tun, zu wollen, so ist Letzteres schon deshalb unmöglich, weil er sehr viel für sich tun muss, um überhaupt anderen etwas zuliebe tun zu können. So dann setzt es voraus, dass der andere Egoist genug ist, um jene Opfer, jenes Leben für ihn immer und immer wieder anzunehmen, so dass die Menschen der Liebe und Aufopferung ein Interesse an dem Fortbestehen der lieblosen und aufopferungsunfähigen Egoisten haben und die höchste Moralität, um bestehen zu können, förmlich die Existenz der Unmoralität erzwingen müsste, wodurch sie sich freilich selber aufheben würde. Weiter, die Vorstellung eines Gottes beunruhigt und demütigt so lange, als sie geglaubt wird, aber wie sie entstanden ist, darüber kann bei dem jetzigen Stande der völkervergleichenden Wissenschaft kein Zweifel mehr sein. Und mit der Einsicht in diese Entstehung fällt jener Glaube dahin. Es geht bei dem Christen, welcher sein Wesen mit dem Gottes vergleicht, sowie dem Don Quixote, der seine eigene Tapferkeit unterschätzt, weil er die Wundertaten der Helden aus den Ritterromanen im Kopf hat, Der Maßstab, mit welchem in beiden Fällen gemessen wird, gehört ins Reich der Fabel. Fällt aber die Vorstellung Gottes weg, so auch das Gefühl der Sünde als eines Vergehens gegen göttliche Vorschriften, als eines Fleckens an einem gottgeweihten Geschöpfe, dann bleibt wahrscheinlich noch jene Unmut übrig, welche mit der Furcht vor Strafen der weltlichen Gerechtigkeit oder vor der Missachtung der Menschen sehr verwachsen und verwandt ist. Der Unmut der Gewissensbisse, der schärfste Stachel im Gefühl der Sünde, ist immerhin abgebrochen, wenn man einsieht, dass man sich durch seine Handlungen wohl gegen menschliches Herkommen, menschliche Satzungen und Ordnungen vergangen habe, aber damit noch nicht das ewige Heil der Seele und ihre Beziehung zur Gottheit gefährdet habe. Gelingt es dem Menschen zuletzt noch, die philosophische Überzeugung von der unbedingten Notwendigkeit aller Handlungen und ihrer völligen Unverantwortlichkeit zu gewinnen und in Fleisch und Blut aufzunehmen, so verschwindet auch jener Rest von Gewissensbissen. Ist nun der Christ, wie gesagt, durch einige Irrtümer in das Gefühl der Selbstverachtung geraten, also durch eine falsche, unwissenschaftliche Auslegung seiner Handlungen und Empfindungen, so muss er mit höchstem Erstaunen bemerken, wie jener Zustand der Verachtung, der Gewissensbisse, der Unlust überhaupt nicht anhält, wie gelegentlich Stunden kommen, wo ihm dies alles von der Seele weggeweht ist und er sich wieder frei und mutig fühlt. In Wahrheit hat er die Lust an sich selber, das Wohlbehagen an der eigenen Kraft, im Bunde mit der notwendigen Abschwächung jener tiefen Erregungen den Sieg davon getragen. Der Mensch schliebt sich wieder, er fühlt es, aber gerade diese Liebe, diese neue Selbstschätzung kommt ihm unglaublich vor. Er kann in ihr allein das gänzlich unverdiente Herabströmen eines Gnadenglanzes von oben sehen. Wenn er früher in allen Begebnissen Warnungen, Drohungen, Strafen und jede Art von Anzeichen des göttlichen Zornes zu erblicken glaubte, so deutet er jetzt in seine Erfahrungen die göttliche Güte hinein. Dies Ereignis kommt ihm liebevoll, jenes wie ein hilfreicher Fingerzeig, ein drittes und namentlich seine ganze freudige Stimmung als Beweis vor, dass Gott gnädig sei. Wie er früher im Zustande des Unmutes, namentlich seine Handlungen falsch ausdeutete, so jetzt namentlich seine Erlebnisse. Die getröstete Stimmung fasst er als Wirkung einer außer ihm waltenden Macht auf. Die Liebe, mit der er sich im Grunde selbst liebt, erscheint als göttliche Liebe. Das, was er Gnade und Vorspiel der Erlösung nennt, ist in Wahrheit Selbstbegnadigung, Selbsterlösung. Also, eine bestimmte falsche Psychologie, eine gewisse Art von Fantastik in der Ausdeutung der Motive und Erlebnisse, ist die notwendige Voraussetzung davon, dass einer zum Christen werde und das Bedürfnis der Erlösung empfinde. Mit der Einsicht in diese Verirrung der Vernunft und Fantasie hört man auf, Christ zu sein. Von der christlichen Askese und Heiligkeit So sehr einzelne Denker sich bemüht haben, in den seltenen Erscheinungen der Moralität, welche man Askese und Heiligkeit zu nennen pflegt, ein Wunderding hinzustellen, dem die Leuchte einer vernünftigen Erklärung ins Gesicht zu halten, beinahe schon Frevel und Entweihung sei, so stark ist hinwiederum die Verführung zu diesem Frevel. Ein mächtiger Antrieb der Natur hat zu allen Zeiten dazu geführt, gegen jene Erscheinungen überhaupt zu protestieren. Die Wissenschaft, insofern sie wie gesagt eine Nachahmung der Natur ist, erlaubt sich wenigstens gegen die behauptete Unerklärbarkeit, ja Unnahbarkeit derselben, Einsprache zu erheben. Freilich gelang es ihr bis jetzt nicht. Jene Erscheinungen sind immer noch unerklärt, zum großen Vergnügen der erwähnten Verehrer des moralisch Wunderbaren. Denn, allgemein gesprochen, das Unerklärte soll durchaus unerklärlich, das Unerklärliche durchaus unnatürlich, übernatürlich, wunderhaft sein. So lautet die Forderung in den Seelen aller Religiösen und Metaphysiker, auch der Künstler, falls sie zugleich Denker sind. Während der wissenschaftliche Mensch in dieser Forderung das böse Prinzip sieht. Die allgemeine erste Wahrscheinlichkeit, auf welche man bei Betrachtung von Heiligkeit und Aschese zuerst gerät, ist diese, dass ihre Natur eine komplizierte ist. Innerhalb der physischen Welt, sowohl wie in der moralischen, hat man mit Glück das angeblich Wunderbare auf das Komplizierte, mehrfach Bedingte zurückgeführt. Wagen wir es also, einzelne Antriebe in der Seele der Heiligen und Asketen zunächst zu isolieren und zum Schluss sie uns ineinander verwachsen zu denken. Es gibt einen Trotz gegen sich selbst, zu dessen sublimiertesten Äußerungen manche Formen der Aschese gehören. Gewisse Menschen haben nämlich ein so hohes Bedürfnis, ihre Gewalt und Herrschsucht auszuüben, dass sie, in Ermangelung anderer Objekte oder weil es ihnen sonst immer misslungen ist, endlich darauf verfallen, gewisse Teile ihres eigenen Wesens, gleichsam Ausschnitte oder Stufen ihrer selbst, zu tyrannisieren. So bekennt sich mancher Denker zu Ansichten, welche ersichtlich nicht dazu dienen, seinen Ruf zu vermehren oder zu verbessern. Mancher beschwört förmlich die Missachtung anderer auf sich herab, während er es leicht hätte, durch Stillschweigen ein geachteter Mann zu bleiben. Andere widerrufen frühere Meinungen und scheuen es nicht, fürderhin inkonsequent genannt zu werden. Im Gegenteil, sie berühmen sich darum und benehmen sich wie übermütige Reiter, welche das Pferd, erst wenn es wild geworden, mit Schweiß bedeckt, scheu geworden ist, am liebsten mögen. So steigt der Mensch auf gefährlichen Wegen in die höchsten Gebirge, um über seine Ängstlichkeit und seine schlotternden Knie hohen zu lachen. So bekennt sich der Philosoph zu Ansichten der Askese, Demut und Heiligkeit, in der im Glanze sein eigenes Bild auf das Ärgste verhäßlicht wird. Dieses Zerbrechen seiner selbst, dieser Spott über die eigene Natur, dieses Spernere Sperni, aus dem die Religionen so viel gemacht haben, ist eigentlich ein sehr hoher Grad der Eitelkeit. Die ganze Moral, der Bergpredigt, gehört hierher. Der Mensch hat eine wahre Wolllust darin, sich durch übertriebene Ansprüche zu vergewaltigen und dieses tyrannisch fordernde Etwas in seiner Seele nachher zu vergöttern. In jeder asketischen Moral betet der Mensch einen Teil von sich als Gott an und hat dazu nötig, den übrigen Teil zu diabolisieren. Der Mensch ist nicht zu allen Stunden gleichmoralisch. Dies ist bekannt. Beurteilt man seine Moralität nach der Fähigkeit zu großer, aufopfernder Entschließung und Selbstverleugnung, welche dauernd und zur Gewohnheit geworden Heiligkeit ist, so ist er im Affekt am moralischsten. Die höhere Erregung reicht ihm ganz neue Motive dar, welche er nüchtern und kalt wie sonst vielleicht nicht einmal fähig zu sein glaubte. Wie kommt dies? Wahrscheinlich aus der Nachbarschaft alles Großen und Hocherregenden. Ist der Mensch einmal auf eine außerordentliche Spannung gebracht, so kann er ebenso wohl zu einer furchtbaren Rache als zu einer furchtbaren Brechung des Rachebedürfnisses sich entschließen. Er will unter dem Einflüsse der gewaltigen Emotion, jedenfalls das große, gewaltige, ungeheure, und wenn er zufällig merkt, dass ihm die Aufopferung seiner selbst ebenso oder noch mehr genug tut als die Opferung des anderen, so wählt er sie. Eigentlich liegt ihm also nur an der Entladung seiner Emotion. Da fasst er wohl, um seine Spannung zu erleichtern, die Speere der Feinde zusammen und begräbt sie in seine Brust. Dass in der Selbstverleugnung und nicht nur in der Rache etwas Großes liege, musste der Menschheit erst in langer Gewöhnung anerzogen werden. Eine Gottheit, welche sich selbst opfert, war das stärkste, wirkungsvollste Symbol dieser Art von Größe. Als die Besiegung des schwerst zu besiegenden Feindes, die plötzliche Bemeisterung eines Affekts, als dies erscheint, diese Verleugnung. Und insofern gilt sie als der Gipfel des Moralischen. In Wahrheit handelt es sich bei ihr um die Vertauschung der eigenen Vorstellung mit der anderen, während das Gemüt seine gleiche Höhe, seinen gleichen Flutstand behält. Ernüchterte, vom Affekt ausruhende Menschen verstehen die Moralität jener Augenblicke nicht mehr, aber die Bewunderung aller, die jene miterleben, hält sie aufrecht. Der Stolz ist ihr Trost, wenn der Affekt und das Verständnis ihrer Tat weich. Also, im Grunde sind auch jene Handlungen der Selbstverleugnung nicht moralisch, insofern sie nicht streng in Hinsicht auf andere getan sind. Vielmehr gibt der andere dem hochgespannten Gemüte nur eine Gelegenheit, sich zu erleichtern durch jene Verleugnung. In mancher Hinsicht sucht sich auch der Asket, das Leben leichter zu machen, und zwar gewöhnlich durch die vollkommene Unterordnung unter einen fremden Willen oder unter ein umfängliches Gesetz und Ritual. Etwa in der Art, wie der Brahmane durchaus nichts seiner eigenen Bestimmung überlässt und sich in jeder Minute durch eine heilige Vorschrift bestimmt. Diese Unterordnung ist ein mächtiges Mittel, um über sich Herr zu werden. Man ist beschäftigt, also ohne Langeweile, und hat doch keine Anregung des Eigenwillens und der Leidenschaft dabei. Nach vollbrachter Tat fehlt das Gefühl der Verantwortung und damit die Qual der Reue. Man hat ein für allemal auf eigenen Willen verzichtet, und dies ist leichter, als nur gelegentlich einmal zu verzichten. So wie es auch leichter ist, einer Begierde ganz zu entsagen, als in ihr Maß zu halten. Wenn wir uns der jetzigen Stellung des Mannes zum Staate erinnern, so finden wir auch da, dass der unbedingte Gehorsam bequemer ist, als der bedingte. Der Heilige also erleichtert sich durch jenes völlige Aufgeben der Persönlichkeit sein Leben, und man täuscht sich, wenn man in jenen Phänomenen das höchste Heldenstück der Moral bewundert. Es ist in jedem Falle schwerer, seine Persönlichkeit ohne Schwanken und Unklarheit durchzusetzen, als sich von ihr in der erwähnten Weise zu lösen. Über dies verlangt es viel mehr Geist und Nachdenken. Nachdem ich in vielen der schwerer erklärbaren Handlungen Äußerungen jener Lust an der Emotion an sich gefunden habe, möchte ich auch in Betreff der Selbstverachtung, welche zu den Merkmalen der Heiligkeit gehört, und ebenso in den Handlungen der Selbstquälerei, durch Hunger und Geißelschläge, Verrenkungen der Glieder, Erheuchlung des Wahnsinns, ein Mittel erkennen, durch welches jene Naturen gegen die allgemeine Ermüdung ihres Lebenswillens ihre Nerven ankämpfen. Sie bedienen sich der schmerzhaftesten Reizmittel und Grausamkeiten, um für Zeiten wenigstens aus jener Dumpfheit und Langeweile aufzutauchen, in welche ihre große geistige Indolenz und jene geschilderte Unterordnung unter einem fremden Willen sie so häufig verfallen lässt. Das gewöhnlichste Mittel, welches der Asket und Heilige anwendet, um sich das Leben doch noch erträglich und unterhaltend zu machen, besteht in gelegentlichem Kriegsführen und in dem Wechsel von Sieg und Niederlage. Dazu braucht er einen Gegner und findet ihn in dem sogenannten inneren Feinde. Namentlich nützt er seinen Hang zur Eitelkeit, Ehr- und Herrschsucht dann seinen sinnlichen Begierden aus, um sein Leben wie eine fortgesetzte Schlacht und sich wie ein Schlachtfeld ansehen zu dürfen, auf dem gute und böse Geister mit wechselndem Erfolg erringen. Bekanntlich wird die sinnliche Fantasie durch die Regelmäßigkeit des geschlechtlichen Verkehrs gemäßigt, ja fast unterdrückt, umgekehrt durch Enthaltsamkeit oder Unordnung im Verkehre entfesselt und wüst. Die Fantasie vieler christlichen Heiligen war in ungewöhnlichen Maße schmutzig. Vermöge jener Theorie, dass diese Begierde wirkliche Dämonen seien, die in ihnen wüteten, fühlten sie sich nicht allzu sehr verantwortlich dabei. Diesem Gefühle verdanken wir die so belehrende Aufrichtigkeit ihrer Selbstzeugnisse. Es war in ihrem Interesse, dass dieser Kampf in irgendeinem Grade immer unterhalten wurde, weil durch ihn, wie gesagt, ihr ödes Leben unterhaltend wurde. Damit der Kampf aber wichtig genug erscheine, um andauernde Teilnahme und Bewunderung bei den Nichtheiligen zu erregen, musste die Sinnlichkeit immer mehr verketzert und gebranntmarkt werden. Ja, die Gefahr ewiger Verdammnis wurde so eng an diese Dinge geknüpft, dass höchstwahrscheinlich durch ganze Zeitalter hindurch die Christen mit bösem Gewissen Kinder zeugten, wodurch gewiss der Menschheit ein großer Schaden angetan worden ist. Und doch steht hier die Wahrheit ganz auf dem Kopfe, was für die Wahrheit besonders unschicklich ist. Zwar hatte das Christentum gesagt, jeder Mensch sei in Sünden empfangen und geboren und dem unausstehlichen Superlativ Christentum des Calderon hatte sich dieser Gedanke noch einmal zusammengeknotet und verschlungen, sodass er die verdrehteste Paradoxie wagte, die es gibt in dem bekannten Verse die größte Schuld des Menschen ist, dass er geboren ward. In allen pessimistischen Religionen wird der Zeugungsakt als schlecht an sich empfunden, aber keineswegs ist diese Empfindung eine allgemein menschliche, selbst nicht einmal das Urteil aller Pessimisten ist sich hirngleich. Empedokles zum Beispiel weiß gar nichts vom beschämenden, teuflischen, sündenhaften in allen erotischen Dingen. Er sieht vielmehr auf der großen Wiese des Unheils nur eine einzige heil- und hoffnungsvolle Erscheinung, die Aphrodite. Sie gilt ihm als Bürgschaft, dass der Streit nicht ewig herrschen, sondern einem milderen Dämon einmal das Zepter überreichen werde. Die christlichen Pessimisten der Praxis hatten, wie gesagt, ein Interesse daran, dass eine andere Meinung in der Herrschaft blieb. Sie brauchten für die Einsamkeit und die geistige Wüstenei ihres Lebens einen immer lebendigen Feind und einen allgemein anerkannten Feind, durch dessen Bekämpfung und Überwältigung sie dem Nichtheiligen sich immer von Neuem wieder als halb unbegreifliche, übernatürliche Wesen darstellten. Wenn dieser Feind endlich, infolge ihrer Lebensweisen und ihrer zerstörten Gesundheit, die Flucht für immer ergriff, so verstanden sie es sofort, ihr Inneres mit neuen Dämonenbevölker zu sehen. Das Auf- und Niederschwanken der Waagschalen Hochmut und Demut unterhielt ihre grübelnden Köpfe, so gut wie der Wechsel von Begierde und Seelenruhe. Damals diente die Psychologie dazu, alles Menschliche nicht nur zu verdächtigen, sondern zu lästern, zu geißeln, zu kreuzigen. Man wollte sich möglichst schlecht und böse finden, man suchte die Angst um das Heil der Seele, die Verzweiflung an der eigenen Kraft. Alles Natürliche, an welches der Mensch die Vorstellung des Schlechten, Sündhaften anhängt, wie er es zum Beispiel noch jetzt in Betreff des Erotischen gewöhnt ist, belästigt, verdüstert die Fantasie, gibt einen scheuen Blick, lässt den Menschen mit sich selber hadern und macht ihn unsicher und vertrauenslos. Selbst seine Träume bekommen einen Beigeschmack des gequälten Gewissens. Und doch ist dieses Leiden am Natürlichen in der Realität der Dinge völlig unbegründet. Es ist nur die Folge von Meinungen über die Dinge. Man erkennt leicht, wie die Menschen dadurch schlechter werden, dass sie das unvermeidlich Natürliche als schlecht bezeichnen und später immer als so beschaffen empfinden. Es ist der Kunstgriff der Religion und jener Metaphysik, welche den Menschen als böse und sündhaft von Natur wollen, ihm die Natur zu verdächtigen und so ihn selber schlecht zu machen. Denn so lernt er sich als schlecht empfinden, da er das Kleid der Natur nicht ausziehen kann. Allmählich fühlt er sich bei einem langen Leben im Natürlichen von einer solchen Last von Sünden bedrückt, dass übernatürliche Mächte nötig werden, um diese Last heben zu können. Und damit ist das schon besprochene Erlösungsbedürfnis auf den Schauplatz getreten, welches gar keiner wirklichen, sondern nur einer eingebildeten Sündhaftigkeit entspricht. Man gehe die einzelnen moralischen Aufstellungen der Urkunden des Christentums durch und man wird überall finden, dass die Anforderungen überspannt sind, damit der Mensch ihnen nicht genügen könne. Die Absicht ist nicht, dass er moralischer werde, sondern dass es sich möglichst sündhaft fühle. Wenn dem Menschen dieses Gefühl nicht angenehm gewesen wäre, wozu hätte er eine solche Vorstellung erzeugt und sich so lange an sie gehängt? Wie in der antiken Welt eine unermessliche Kraft von Geist und Erfindungsgabe verwendet worden ist, um die Freude am Leben durch festliche Kulte zu mehren, so ist in der Zeit des Christentums ebenfalls unermesslich viel Geist einem anderen Streben geopfert worden. Der Mensch sollte auf alle Weise sich sündhaft fühlen und dadurch überhaupt erregt, belebt, beseelt werden. Erregen, beleben, beseelen, um jeden Preis. Ist das nicht das Losungswort einer erschlafften, überreiften, überkultivierten Zeit? Der Kreis aller natürlichen Empfindungen war hundertmal durchlaufen, die Seele war ihrer müde geworden. Daher fand der Heilige und der Asket eine neue Gattung von Lebensreizen. Sie stellten sich vor alle Augen hin, nicht eigentlich zur Nachahmung für viele, sondern als schauderhaftes und doch entzückendes Schauspiel, welches an jenen Grenzen zwischen Welt und Überwelt aufgeführt werde, wo jedermann damals bald himmlische Lichtblicke, bald Das Auge des Heiligen, hingerichtet auf die in jedem Betracht furchtbare Bedeutung des kurzen Erdenlebens, auf die Nähe der letzten Entscheidung über endlose neue Lebensstrecken, dies verkohlende Auge in einem halb vernichteten Leibe machte die Menschen der alten Welt bis in alle Tiefen erzittern. Hinblicken, schaudernd wegblicken, von neuem den Reiz des Schauspiels spüren, ihm nachgehen, sich an ihm ersättigen, bis die Seele in Glut und Fieberfrost erbebt. Das war die letzte Lust, welche das Altertum erfand, nachdem es selbst gegen den Anblick von Tier- und Menschenkämpfen stumpf geworden war. Um das Gesagte zusammenzufassen, jener Seelenzustand, dessen sich der Heilige oder Heiligwerdende erfreut, setzt sich aus Elementen zusammen, welche wir alle recht wohl kennen. Nur dass sie sich unter dem Einfluss anderer als religiöser Vorstellungen anders gefärbt zeigen und dann den Tadel der Menschen ebenso stark zu erfahren pflegen, wie sie in jener Verfärbung mit Religion und letzter Bedeutsamkeit des Daseins auf Bewunderung, ja Anbetung rechnen durften, mindestens in früheren Zeiten rechnen durften. Bald übt der Heilige jenen Trotz gegen sich selbst, der ein naher verwandterter Herrschsucht ist und auch dem Einsamsten noch das Gefühl der Macht gibt. Bald springt seine angeschwellte Empfindung aus dem Verlangen, seine Leidenschaften dahinschießen zu lassen, über ihn das Verlangen, sie wie wilde Rosse zusammenstürzen zu machen, unter dem mächtigsten Druck einer stolzen Seele. Bald will er ein völliges Aufhören aller störenden, quälenden, reizenden Empfindungen, einen wachen Schlaf, ein dauerndes Ausruhen im Schoße einer dumpfen, tier- und pflanzenhaften Indolenz. Bald sucht er den Kampf und entzündet ihnen sich, weil ihnen die Langeweile ihr gähnendes Gesicht entgegenhält. Er geißelt seine Selbstvergötterung mit Selbstverachtung und Grausamkeit. Er freut sich an dem wilden Aufruhr seiner Begierden, an dem scharfen Schmerz der Sünde, ja an der Vorstellung des Verlorenseins. Er versteht es, seinen Affekt zum Beispiel von der äußersten Herrschsucht einem Fallstreck zu legen, so dass er in den der äußersten Erniedrigung übergeht und seine aufgehetzte Seele durch diesen Kontrast aus allen Fugen gerissen wird. Und zuletzt, wenn es ihm gar nach Visionen, Gesprächen mit Toten oder göttlichen Wesen gelüstet, so ist es im Grunde eine seltene Art von Wollust, welche er begehrt, aber vielleicht jene Wollust, in der alle anderen in einem Knoten zusammengeschlungen sind. Novalis, eine der Autoritäten in Fragen der Heiligkeit durch Erfahrung und Instinkt, spricht das ganze Geheimnis einmal mit naiver Freude aus. Es ist wunderbar genug, dass nicht längst die Assoziation von Wollust, Religion und Grausamkeit die Menschen aufmerksam auf ihre innerer Verwandtschaft und gemeinschaftliche Tendenz gemacht hat. Nicht das, was der Heilige ist, sondern das, was er in den Augen der Nichtheiligen bedeutet, gibt ihm seinen welthistorischen Wert. Dadurch, dass man sich über ihn irrte, dass man seine Seelenzustände falsch auslegte und ihn von sich so stark als möglich abtrennte, als etwas durchaus Unvergleichliches und fremdartig Übermenschliches. Dadurch gewann er die außerordentliche Kraft, mit welcher er die Fantasie ganzer Völker, ganzer Zeiten beherrschen konnte. Er selbst kannte sich nicht. Er selbst verstand die Schriftzüge seiner Stimmungen, Neigungen, Handlungen nach einer Kunst der Interpretation, welche ebenso überspannt und künstlich war wie die pneumatische Interpretation der Bibel. Das Verschrobene und Kranke in seiner Natur mit ihrer Zusammenkopplung von geistiger Armut, schlechtem Wissen, verdorbener Gesundheit, überreizten Nerven, blieb seinem Blick ebenso wie dem seine Beschauer verborgen. Es war kein besonders guter Mensch, noch weniger ein besonders weiser Mensch, aber er bedeutete etwas, das über menschliches Maß in Güte und Weisheit hinausreichte. Der Glaube an ihn unterstützte den Glauben an göttliches und Wunderhaftes, an einen religiösen Sinn alles Daseins, an einen bevorstehenden letzten Tag des Gerichtes. In dem abendlichen Glanze einer Weltuntergangssonne, welche über die christlichen Völker hinleuchtete, wuchs die Schattengestalt des Heiligen ins Ungeheure, ja bis zu einer solchen Höhe, dass selbst in unserer Zeit, die nicht mehr an Gott glaubt, es noch Denker gibt, welche an den Heiligen glauben. Es versteht sich von selbst, dass dieser Zeichnung des Heiligen, welche nach dem Durchschnitt der ganzen Gattung entworfen ist, manche Zeichnung entgegengestellt werden kann, welche eine angenehmere Empfindung hervorbringen möchte. Einzelne Ausnahmen jener Gattung heben sich heraus, sei es durch große Milde und Menschenfreundlichkeit, sei es durch den Zauber ungewöhnlicher Tatkraft. Andere sind im höchsten gerade anziehend, weil bestimmte Wahnvorstellungen über ihr ganzes Wesen Lichtströme ausgießen. Wie es zum Beispiel mit dem berühmten Stifter des Christentums der Fall ist, der sich für den eingeborenen Sohn Gottes hielt und deshalb sich sündlos fühlte, sodass er durch eine Einbildung, die man nicht zu hart beurteilen möge, weil das ganze Altertum von Göttersöhnen wimmelt, dasselbe Ziel erreichte, das Gefühl völliger Sündlosigkeit, völliger Unverantwortlichkeit, welches jetzt durch die Wissenschaft jedermann sich erwerben kann. Ebenfalls habe ich, abgesehen von den indischen Heiligen, welche auf einer Zwischenstufe zwischen dem christlichen Heiligen und dem griechischen Philosophen stehen und insofern keinen reinen Typus darstellen. Die Erkenntnis, die Wissenschaft, soweit es eine solche gab, die Erhebung über die anderen Menschen durch die ideologische Zucht und Schulung des Denkens wurde bei den Buddhisten als ein Kennzeichen der Heiligkeit ebenso gefordert, wie dieselben Eigenschaften in der christlichen Welt als Kennzeichen der Unheiligkeit abgelehnt und verketzert werden.